So, weiter gehitzt. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Leben und können jetzt hoffentlich das Schloss schaffen. Und danach rennen wir auch auf, weil wir sind total geschlaucht davon. Ja, und ich bin müde und es ist spät und ich muss eigentlich noch in den Koffer packen. Ach, hast du noch gar nicht gepackt? Äh, nee. Das ist nicht gut. Ach ja, genau, ich muss ja... Aber du musst ja alles mitnehmen, oder? Du kannst eigentlich auch so gehen. Warum springst du immer rein? Ich weiß es nicht. Drehsprung. Das war Glück. Das war Pech. Geniert wahnsinnig nahe beieinander. Genau. So, jetzt ganz sachte wieder. Ich hätte ja fast Lust, ein Save-Set zu machen, aber mach mal schnell. So. Ich steck mich doch an. Salom, Devosa. Ja, genau. Das hat er gesagt. Salom, Devosa. Ja, genau. Ich weiß, wo der das sagt. Ein Kampf. Komm. Siehst du, so ging es vorhin. Wollte ich, dass du das so machst, aber du warst zu lethargisch. Genau. Vielleicht schon ein wenig müde. Genau. Und einfach fetter Italiener. Genau. Und jetzt schaffen wir das. Oh, das gibt's doch nicht. Dieser... Magic... Der ist ein Arschgesicht. Das ist... Das ist aber... Äh, volle Eingangsplokate. Das geht mal gar nicht. Ey, das ist total fehlprogrammiert. Da müssen wir gleich mal Nintendo eine Beschwerde schicken. Ey, Nintendo, Magic Koopa da, voll an der Tür. Das geht doch nicht. Könnt ihr doch nicht machen. Das hat da schon Kaizo-Werte. Indeed. Und Kaizo wollten wir ja nicht. Das ist... Ne, wir wollten ja ganz einfaches Super Mario Welt. Und eigentlich kann es ja gar nicht so schwer sein, theoretisch. Aber wir stellen uns an wie die ersten Menschen. Die dieses Spiel gespielt haben. Genau. Wir sind ja nicht nackt. Also nicht die ganz Ersten. Obwohl, sind wir nackt? Nein! Ja, ich auch nicht. Ich natürlich auch nicht. Ich bin nur von Lava zerfressen. Ey, ich hab's nicht geschafft, Mann. Das kann nicht sein. Ey, wir müssen den Selbstwert benutzen. Jetzt hat mein Mensch wahrscheinlich noch nie wieder Hunger. Ich bin nie mehr satt. Sange! Ey! Ja, das war nicht so klug. Ja, krass. Werden wir jemals dieses Level schaffen? Ich glaube nicht. Es ist unser finales Level. Ich hab's fast vergessen. Oh, ne Münze. Ich bin ja froh, dass die Möglichkeit besteht, sich hier einfach hinzustellen als kleiner Mario und nicht getroffen zu werden. Das wäre jetzt noch schwieriger. Und jetzt... Oh. Ja. Klasse. Genauso. Ich glaube, jetzt hol ich mir mal diesen P-Switch. Wir müssen irgendwie... Nein! Doch. Nein! Doch. Nein! Okay, jetzt... Das kann doch nicht wahr sein. Du! 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 Mach besser, mach besser. Ich mach's jetzt auch besser. Hier! Ja, bitte. Beende diese Scheiße. Wenn ich dann noch an diese Bonuswelt denke... Da kommen ja diese Bonuswelten, die sind ja extrem schwer. Outrageous und so. Siehst du doch, was ich sehe? Ein Frimp, ja. Du musst da Spinschumpen drauf. Oder einfach ausweichen. Du musst da jetzt durch. Ja, aber nicht einfach drauf springen. Das geht nicht. Ach, ich dachte, ich könnte ihn töten. Ne, du kannst das Spinschump drauf springen und dann lebt der Bauer noch. Aber du auch. Aber ich glaube, ich glaube, ausweichen wäre die bessere Option gewesen. Ja, aber da waren zwei... Ja, aber besser als zu sterben, oder? Hilfe! Ich schlaf eine Runde. Danke schön. Oder mal Zeit. Hilfe! Wieso fällt der jetzt nicht runter? Sonst fällt der immer runter. Das war ein Trick, ne? Achtung! Achtung! Ja, ja, ja. Ich seh ihn. Achtung! Ja, ich kenne schon, dass du da auftauchst. Deswegen habe ich dich jetzt erwischt. So. Und da kommt keiner raus. Und wo ist jetzt der Magic Hube? Der war halt wieder bei der Tür, wahrscheinlich. Schnell durch, schnell durch! Nein! Ich glaube es aber nicht. Das ist so brutal scheiß unfair fies. Da trifft er mich nicht. Vorhin hat er mich nicht getroffen, da. Ich schürte dir die ganze Zeit den Kopf. Die ganze Zeit. Ich glaub's dir. Ich schürte auch den Kopf. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir da nicht durchkommen. Wir brauchen irgendwie einen Dauerstern. Das war gewagt. Das war dumm. Wieso tauchst du dir direkt von meiner Nase auf, Magic? Weil er genau weiß, was du da hinwählst. Das ist so ein Hellseher, ne? Ja, das ist ja auch eine Magic Hube. Warum eigentlich eine Hube? Der hat ja kein Panzer. Das ist der einzige Hube ohne Panzer. In diesem Spiel. Vielleicht hat er doch einen Panzer, nur wir sehen ihn nicht, weil er von seinem Umhang verdeckt ist. Ja, das kann sein. Ui, das war gut. Tu's nicht, der macht Unglück. Hm? Der Pilz? Ja. Warum? Der bringt Unglück. Ich brauche aber eine Absicherung. Der bringt aber Unglück. Ich glaube nicht. Wenn ich das Level jetzt schaffe. Ich will zumindest mal einen Checkpoint erreichen, wenn es hier irgendwo einen geben sollte. Aber ich bezweifle es fast. Ich habe doch gesagt, dass er Unglück bringt. Egal, sonst wäre ich jetzt tot ohne Pilz. Der ist jetzt der Copter. Oder? Nein. Nein. Ja! Ja, aber ist auch noch nicht geschafft. Er ließ ihn jetzt Safe-Safe setzen. Ähm, nee. Ich glaube, wir schaffen das jetzt. Ich glaube es da selbst nicht, aber ich schaffe es schon. Spring! Ja, ja, ja. Ich bräuchte einen Pilz. Der wäre irgendwie... Ah, ha! Machi. Ich würde sehr ungern Mario World mit Safe-States machen. Das habe ich nicht mal bei meinen anderen LPs gemacht, zu Mario. Und die waren eventuell zum Teil noch ein bisschen schwieriger. Auch wenn es gerade ein bisschen unmöglich erscheint. Dass es etwas noch schwieriger ist. Achtung! Nicht durch! Nicht durch! Das kenne ich schon, das kenne ich schon. So weit war ich schon. Irgendwo bin ich hier gestorben. Hier rechts gibt es einen Pilz, endlich. Okay. Pass auf das Feuerding auf. Ja, ich weiß. Komm jetzt! Und jetzt bin ich durch. Und warten dort. Warten. Nein, warten. Warten. Ich war immer kleines Nickerschen. König Nickerschen. Jetzt kannst du gehen. Kann ich gar nicht. Jetzt kannst du gehen. Soll ich gleich weiter? Ah! Ich musste weiter. Meine Güte. Ach, hier bin ich gestorben, ne? Ja. Beim ersten Mal. Wo ich ganz weit bin. Jetzt spring! Ey, wenn ich jetzt stehe, hab ich drehe durch. Pass auf, da ist so ein... Wie? 2 Bones und ein Polo. Der könnte mir gleich Probleme bereiten, dieser 2 Bones. Einer von beiden. So. Hi. Ausgedrückt. Oh, der kommt zurück. Auf ihn. Schaffst das. Oh oh. Achtung, er kommt. Er kommt jetzt. Ich dachte schon, er wird zerquetscht. Oh, dieses Level, Mann. Das hört nie auf. Immer schön sachte. Kann ich ja schon drauf machen. Achtung, 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 Achtung! Meine Nieren. Jetzt rennen! Da ist der Voskampf. Viel Spaß. Ich gab... Ich gab... Wie sieht der aus? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was soll man selbst mitmachen? Es gibt keinen Checkpoint. Ah, genau! Du musst auf den gelben. Ja, auf den... Ja, schnell, in der Mitte. Der ist zu schnell. Ist der falsch, oder? Ich freue es. Wieder der falsch. Ich habe kaum noch Zeit. Du musst es schaffen. Der kommt nicht da, wo ich bin. Ja, rate mal, warum? Ah! Ich bin gleich tot. Das geht nicht. Ich schaffe das nicht. Von der Zeit her, aber... Ich schaffe das! Das erste Mal jetzt, oder? Du musst ihn dreimal treffen. Zum Glück schießt er nicht auch noch. Nur der Protoball ist die Gefahr. Du schaffst das! Du schaffst das! Pass auf! Ja! Ja! Bäm! In die Fresse rein! Baby! So richtig! Ja, ist das geil. Wer ist der Mann? Auf Deutsch. Wer ist der Mann? Danke! Du darfst vor dir. Wir sind mal wieder. Ja, genau! Stammt im Grund und Boden! Merus triumphiert over Lemmy Cooper of Castle 3! Fucking Castle 3! Merus guest is starting to get much more difficult! Was? Ähm, 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 have you found the red and the green? Switch it? Ähm, nein, eigentlich nicht. Den roten nur, aber den grünen nicht. Ja, das ist scheiße. Aber egal. Das ist völlig scheiße. Ja, ähm, dann machen wir gleich mal ein Save-Set, ne? Ja, ne, stimmt. Komm mal in die nächste Welt noch, kurz. Ja, guckst du mal in die nächste Welt, ähm. Ja. Guckst du hier? Guckst du da? Brücken-Level! Cheese Bridge, äh. Cheese Bridge. So gut. Da geht's dann beim nächsten Mal weiter, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Sam. Es war nur voll langweilig. Sehr ruhig. Es war Arbeit. Richtige Arbeit, dieses Level. Dieses Schloss. Es hat uns Nerven gekostet. Ah, das war voll. Okay, dann sag ich mal, macht's gut. Und tschüss. Tschüss! Tschüss!